Der Sohn eines Soldaten geht in die Klasse, trifft dort auf einen Freund und der sagt ihm, dein Vater ist Soldat, der muss in die Ukraine, der stirbt dort. Dann kann man immer sagen, das ist nicht der Fall. Aber es verdeutlicht, was in den Familien von Soldatinnen und Soldaten gerade Thema ist. Dann kann man immer noch sagen, ihr hättet aufpassen müssen bei eurer Berufswahl. Aber das ist eben etwas anderes, ob ich weiß, was auf einmal mit einer Landes- und Bündnisverteidigung passieren könnte oder ob ich in den Afghanistan-Einsatz gehe, wo 58 Soldaten gefallen sind. Schlimm genug. Aber wenn ich an eine Landes- und Bündnisverteidigung denke, dann sehen wir in die Ukraine und wissen, was das bedeuten würde. Das ist eine andere Situation für den Beruf, für die Familien.